Richi, was machst du da? Ich muss die Klimaanlage entlüften, also hier Wasser raus, weißt du? Kondenswasser muss raus, damit das kühlt, weißt du? Das werden ja heute 32 Grad, deswegen, das Wichtigste ist heute hier, das ist die Kühltruhe. Eine russische Kühltruhe, die ist vorne kalt und hinten warm, hier haben wir praktisch ganz modern die Warmluftableitung praktisch nach außen gelegt, damit außen die Warmluft nicht so reingeht, machen wir ein bisschen das Fenster ran, geht ja nicht ganz ran, weil das Kabel muss ja raus. Also richtig russisch quasi. Dafür haben wir aber beim Verlegen des Stroms, wie man sieht hier. Da haben wir auf Qualität Wert gelegt. Ja, so.